In diesem Video geht es um die besten drei Waschmaschinen. Der erste Platz geht an das High-End-Produkt. Die künstliche Intelligenz LG EGAL DD erkennt das Gewicht, identifiziert den Typ des Stoffes und wählt automatisch die optimalen Bewegungen für jede Wäsche aus, um eine 18% höhere Stoffpflege zu gewährleisten. Dank des Allergy Care Programms mit hygienisierender Dampffunktion entfernt der LG Waschautomat 99,9% der für Allergien oder Atemprobleme verantwortlichen Hausstaubmilben. Mit der Inverter Direct Drive Technologie von LG ist der Motor direkt mit der Trommel verbunden, was hohe Leistung gewährleistet und Geräusche und Vibrationen reduziert. Programme, Baumwolle, Eco 4060, Gemischt, Synthetik, Silent Wash, Allergy Care, Baby Steam Care, Delikat, Wolle, Spezial Sport, Schnell 14, Daunen, Trommelreinigung, Spülen und Schleudern. Die LG Waschmaschine verfügt über eine große Luke, eine Trommel mit Blasen und Edelstahlröhrer, ein gut sichtbares Display und einen großen Drehknopf mit Metallfinish. Jetzt direkt sparen der Link zum Produkt ist unten in der Videobeschreibung. Der zweite Platz geht an den Preis-Leistungssieger. Es gibt konstant große Mengen Dampf ab und entfernt effektiv Allergyen von Kleidungsstücken. Es hilft Ihnen, besser zu planen und immer trockene und saubere Kleidung rechtzeitig zu haben. Es ermöglicht Ihnen, Ihre Waschmaschine sauber und hygienisch zu halten, dank eines tiefen Reinigungszyklus bei 95 Grad Celsius. Es gibt verschiedene spezielle Programme wie Baby Care, Schnellwäsche und Trommelreinigung. Durch Verwendung der Kindersicherung werden die Tasten des Bedienfelds deaktiviert, sodass Kinder die Maschine nicht ohne ihre Anwesenheit einschalten können. Die Maschine erkennt automatisch falsche Verwendung oder Funktionsstörungen und zeigt den Fehlercode auf Ihrem Display an. Die Schneeflockenform der Trommel hilft, Ihre Kleidung effizienter und gründlich. Der dritte Platz geht an das Sparprodukt. Dank der Smart-Touch und Smart-Zyklus-Funktionen können Sie die Candy-Waschmaschine mit Ihrem Smartphone verbinden und sie mit zusätzlichen Programmen und Funktionen erweitern. Für diejenigen, die immer in Eile sind, hat Candy verschiedene Waschprogramme von 14 bis 59 Minuten, die sich an Ihre Bedürfnisse anpassen. Lassen Sie Ihre Wäsche nicht stundenlang warten, sondern programmieren Sie den Start der Candy-Waschmaschine mit einer Verzögerung von 24 Stunden. Behalten Sie alles im Griff, erhalten Sie Ratschläge und verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Candy-Waschmaschine dank der Smart-Check-Up-Funktion. Dank des Gewichtssensors, der das Programm automatisch an die Beladungsgröße anpasst, verschwenden Sie nie Wasser und Strom.